Ja, Mahlzeit zusammen. Leider habe ich es aus persönlichen Gründen nicht geschafft, an der Verlosung teilzunehmen. Ich werde das auf diesem Wege dann wahrnehmen. Der Marc wird es in seinem Video einschneiden. Also wie läuft die Verlosung jetzt ab? Der Marc schreibt unsere Kanalnamen jeweils auf ein Stück Papier, schmeißt diese in einen Topf und wird dann ziehen, auf welchen Kanal von uns dann aus den Kommentaren der Gewinner ermittelt wird. Es kann Marc sein Kanal sein, kann aber genauso gut mein Kanal sein. Ich hoffe, ihr habt unter beiden kommentiert und der Marc wird dann gleich einen Kanalnamen ziehen. Und es gibt ein Programm, womit man aus den Kommentaren unter einem Video per Zufallskernerator einen Gewinner ermitteln kann. Das wird der Markt dann gleich dementsprechend durchlaufen lassen und der Gewinner wird dann so ermittelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, habt Spaß und drücke euch allen die Daumen. Bis dahin! Ich wünsche euch auf jeden Fall! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017